servus leute hier ist wieder den 28 und das jetzt den 28 tube mit einem neuen video dieses mal spiele ich also ganz spontan das spiel slither.io und das ist das erste video hier im neuen jahr abgesehen von dem mit dem intro compilation übrigens wird dieses video hier noch kein intro erhalten das war jedenfalls genug geredet jetzt geht's los was war das ich finde es hängt einfach okay was ich jetzt nehmen also sagen muss ist dass ich jetzt einfach so ganz schnell so so spiele als spiele einfach halt um auch videos so zu haben alter geil nein man echt nicht leicht das problem ist halt dort kommst du halt gegen eine andere schlange dann bist weg oh komm her komm her komm her nein du nein 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 na drecksack richtiger drecksack ja ok nein da gehe ich lieber nicht hin aber hier schon hey nein alles der lang a a a oh ja sowas pisst schon an ja das problem ist halt hier ist in diesem spiel wie schon gesagt vergesst du in einer rein bist weg ungefähr so und das finde ich scheiße da mag ich doch lieber agario verdammt also ich kann euch definitiv sagen dieses video wird nicht besonders lang wahrscheinlich sind eher so kurz videos werde ich auch tatsächlich sagen es wird ein meiner kurz videos kurz kurz games einfach das sind einfach diese spiele wo man einfach nicht so lange spiel möchte und so halt ganz kurz mal ja also definitiv nach dieser runde mache ich auch schluss aber hey man ich glaube das wird meine beste runde naja ist ja ooooh 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 nein nein also eine kleine pimp na ja okay wie ich ja gesagt habe das war es wieder mit diesem video bis zum nächsten mal was dieses video gefallen haben sollte lasst ein like da wenn ich meine anderen videos gefallen dann abonniert diesen kanal und wenn ihr wollt könnt ihr mit die glocke aktivieren um kein neues video zu verpassen bis zum nächsten mal